hallo zusammen da sind wir wieder in Sir Ascent mit der bezaubernden allerliebsten Helga und ihrer was haben wir jetzt eigentlich für eine Waffe ich weiß es jetzt auch nicht mehr spiel momentan zu viel das sollte man nicht machen Gemini Stacks befinden wir uns wir sind auf dem Rückweg zu den Hunger Boys ne wie hieß der Depp ich weiß es gar nicht mehr oh ich habe Kopfgeld gesammelt schon wieder wenn habe ich ihn gesammelt Big Bad Erlin da gibt es auch wieder bisschen Kohle und ich war doch ich gucke mal gerade wenn wir schon da sind wir könnten wir da reinschauen zu vor ich sage es auf deutsch 438 es war nicht leicht das Onyx Void Commander zum Ableben zu bewegen aber ich habe es geschafft Hong soll das sich freuen wenn er das kann war noch immer noch platztausch ok Freunde hier geht es weiter es sind noch 84,67 Meter zu hangen der mit der Zahl davor das müsste man eigentlich auch so schaffen ohne dass man jetzt irgendwelche große Veranstaltungen Taxis ruft oder sowas hangen hockt er hier hier auf der city in der city der Hauptstraße sind wir oder ne warum ne ruft sie mir da da geht es noch neu ok jetzt bin ich mal auf die Belohnung gespannt was es gibt was er hat der hang der Katzenhang ein na da einen hang zu katzen hey hang ein tag hat er dabei wer die Hilga oder was ne check the Cosmodrome den kenne ich jetzt nicht aber die gewähren keinen Schutz mehr ok jetzt haben wir unsere informationen gekriegt und mehr nicht ein Moppel ist nichts das kann doch nicht alles sein ah halt doch den Maul du Arschloch da labert ja jeder in einem anderen Dialekt her kann doch nicht sein da muss doch irgendwo das nimm den Katzenkopf mit wenn ich ich hab gar gezielt was soll denn das sein was soll ich denn dort ich mach die Nebenmissionen jetzt nicht das sehe ich gar nicht auch hier da hat nicht immer was rausgerückt zum Kosmodrom reisen ok Freunde da sind wir am Kosmodrom Akkologie Hauptstraße jetzt wollen wir mal gucken ob es da jetzt nicht irgendwas zu lachen gibt was haben wir 764 Meter müssten wir jetzt eigentlich in M-Rutsch packen packen wir nicht scheiße Freunde das ist übel der Kommissar wow das war einer von denen oder nicht das sind Tivilisten da 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 ich muss unbedingt die Waffe ein bisschen hoch das ist eine Schießerei wieder ok was hat denn der da ach die sind die stehen da die stehen da in einem Filter hörst du auf du Sack geh doch mal weg du Arschloch warte mal wohin da noch wieso da neu guck die paar Meter wenn man das schaffe wer ist denn das Dr. Shadow oh das war halt wow blödes oh du scheiße Mann hier ist der Critical Shannon ich kann mich am Arsch legen Freunde wenn ich gerade sage gucke mal da hin und ach du ich bin mal gespannt wie lange das das noch gut geht Weste habe ich gekriegt 699 Meter Mensch das musst du zu machen das gibt es doch nicht das ist wieder zu cutten oh sorry ich wollte ich wollte eigentlich nicht ich wollte eigentlich was ganz anderes machen aber ich habe es vergessen was und da habe ich schon mal auf der Auslöser gedrückt weg dir weg dir weg dir und da haut da drin da haut sich da verbarrikadiert da drin ich denke talk about 6 no 7 was hat denn der da drin gesucht nix ne da wollte ich nur verstecken vor uns ach gute leid ach meh da haben wir so lange gebaut müssen wir da hoch irgendwie oder können wir da hoch eigentlich grad gucken ne ne du scheiße du scheiße da war ich noch gar ein bisschen im Kosmodrom ich weiß aber nicht was wir hier Security Checkpoint müsste eigentlich jetzt normalerweise so weit sein dass wir die Waffe wieder ausstecken können normale Komponente ne ok ich habe kein Auge gedrückt ne scheiße da musst du direkt vorne drauf stehen ja so wie da jetzt zum Beispiel was war denn das ja Dominator wieder ach der haut sich da immer nahe range wo sind denn neue Granaten wieder da willst du durch die Mitte durch brenn ich ja ach komm Freunde wieso brenn ich denn jetzt wer hat denn da Feuermunition kam zum Denner Brandmunition Brandbeschleuniger wo bin ich denn jetzt Kosmodrom ach schau doch ich muss den ganzen Mist jetzt mit vorne wieder machen ah was ist das die haben sich wieder naja Heilungsbunga geschaffen oh entschuldigung ok beim zweiten Anlauf hat es doch geklappt ne schau mal was was ist denn das nix wo bin sie tot verkaufen Zigaretten oder irgendetwas andere ok ach das ist eine schlechte Idee da mit den Heilungs Apparat oh verlauter niggi lauter ach das ist jetzt ein bisschen Anerstatt oder die Aussicht und das sei das ist was mehr als ein Sidescroller aber vielleicht auch nicht ohne Stagong ja man weiß ja nie was ich die Entwickler dabei denke ok von der Rückseite sind übers Geländer komme fliegt denn da rum ein Torteheber ok und die lassen sich gelangweilt stehen sie da so da habe ich halt kaum lustig aber halt da und stelle ja war gar keiner von den naja ja hier wirds wieder besser so gefällt mir's so bisschen find ich das ordentlich immer wow ganz schön typische freund und fein die mir unterscheiden wie weit haben wir noch dreieinhalb meter ob die scharmer das sieht gut aus 300 meter genau das war hartes stück arbeit hierher zu kommen wo werden sie macht das nicht noch mal das sage ich mal bild ist wieder weg ich muss das daneben monitor gucke ist das eine scheiße hier die granate oder grün gift ist da noch irgendwo einer 250 meter das können lange 250 meter werden gut auto like mirari like a babel das ist das was der biker das misst kaum mehr ah, wir sollten das schon nicht und haben stufe 13 auch kaum freunde leben voll das kann doch nicht sein das erste mal wieder seit langem 208 die scheiße das ist aber das finstere gasse soll man sich normalerweise nicht aufhalten ob kommt das muss doch noch zu machen soll gibst du nicht das geschrei ist natürlich groß wenn die dumm schusswaffe durch die innen städte laufen und auf alles schieße was sich bewegt oder auch nicht bewegt lege die brocke rum da lebt wir waren dass wir einer von den kleinen mit der große ohren dumm baulein oder wieder leben voll was die letzten 150 m die taumel schade scheiße was ist nicht so spacebar hold just keep der kunde war du scheiße da heute jemanden bei den frisch oder wasser und wilder zu mir Wer ist denn das? Ach du scheiße Ruckel, ich konnte gar nicht weiter, ich habe mit der Werfung der Security. Der hat was gegen mich so leicht nicht raus, das ganze Ding ist voller Indianer, ich bräuchte ein bisschen Heilung. Das sind ein bisschen viele, oder? Geht doch mal in die Deckung, egal. Wo sind denn das so viele? Ochli Jolly! Ach scheiße Freunde, wie soll ich denn das machen? Gegen 500 Stück. Vor allen Dingen kommen die jetzt von aller Seite. Den Mahlhorst gelb Frachter erreichen. Ja langsam Freunde. Ach du scheiße. Ja haben die jetzt so ein Androide gepachtet oder gemietet? So ein Roboter, so eine Kampfmaschine, so ein Zerstörer? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie die das gemacht haben. Haben die so viel Aufluss hier in dem Bezirk, dass die das einfach so... Jetzt ist das Bild schon wieder. Achso jetzt geht es nochmal los. So. Ich kann ja nicht raus. Ich kann ja nicht raus. Ich habe zwar gegen den habe ich geschossen. Jetzt gehen wir weiter. Scheinbar hier haben wir bessere Schauer. Oder nicht? Muss allerdings der Nuna, ne? Der hat ja gesagt, bitte weiter gehen. Der kann auch sprechen. Hat er gerade gelernt, ne? Boah, du Scheiße! Das ist der Heine, du! Sag mal, hältst du zu denne? Ich bin doch verwandt mit dir, Mensch! Gibt's das? Das kann doch nicht sein, Freunde. Ich konnte nur zweimal rollen. Okay, Freunde, mich hätte mal. Habe ich zwar nicht aufgenommen. Ich habe aber zwei, drei Versuche oder vier Versuche gebraucht. Aber da liegt er. Also da war jetzt doch nicht so schwer, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber man muss die richtige Taktik aufwenden. Was für Taktiker ich auch gewinnt. Ja, das weiß ich eigentlich nicht. Gar keine, wenn ich ehrlich bin. Ich habe drauf geballert und habe... Was weiß ich, was das ist? Momentan bin ich in dem Spiel nur am Schneider. Ja, ja. Ist auch nicht was der dauernd will, der Kobold. Das weiß ich ja, wo lave ich ihn rum? Wieso kriege ich ihn? Habe ich nicht den Weg durchgezeigt, kriegt jetzt? Achso, ich muss da runter. Alles klar. Hä? Achso. Ich habe es nicht gesehen. Also manchmal ist es ein bisschen blöd, oder? Also finde ich jetzt. So, da ist es. Das ist unser Ziel. Achso. 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 Okay, wir haben noch ein bisschen was euch sammeln. Was ist denn das? 60.000 Credits haben wir. Habe ich halt Punkte gekriegt jetzt? Ach, ich habe auch noch Fertigkeitspunkte, ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und was gibt es im Codex? Das können wir mal kurz auch gucken. Ein Gegnertyp war das. Und zwar schwerer Monobot. Ein schwerer Industriebot, der mit unerlaubter Bewaffnung und zahlreichen tödlichen Hilfsmittel ausgestattet wurde, die mehrschichtliche Panzerung, die ursprünglich dazu dient sollte, hochofenhaften Temperaturen zu drosten, ist beinahe undurchdringlich. Wenn gleich dieser Eisengiganten durch ballistische Angriffe kaum beizukommen sind, sind seine inneren Wehrsysteme weniger geschützt oft anfällig für digitale Angriffe und Energiewaffen. Gute Wisse jetzt, ne? So, Override Sequenz, leider mal eu. Okay. Okay. Ist das schief, ne? Okay. Also, die vermissten Wissenschaftler an Bord des Trägers finden. Da kommt der neuen Träger. Tatsächlich. Okay, Freunde, ich will auch sagen, ich habe da jetzt genug zum Schneiden erstmal, die nächsten drei bis vier Tage. Und deswegen würde ich sagen, wir machen das erst weiter und gehen da rein. Ich bin auch mal gespannt, wie es da aussieht da innen drin, wenn es soweit ist. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020